Wir hatten heute Frankfurt-Tag vom Gemeindegründungszentrum und wir hatten 35 Studenten hier in Frankfurt, mit denen wir durch unsere wunderschöne Stadt gelaufen sind und so manche Eindrücke bekommen haben. Wir haben ihnen einiges erzählt über die Geschichte unserer Stadt und wie das Evangelium damals angefangen mit Luther und Calvin über Späner und andere Leute und andere Zeiten, in denen hier Kirche nicht nur verkauft wurden, sondern sich wieder entwickelt haben. Das ist Kirchengeschichte. Wir brauchen eine relevante Kirche, weil Menschen relevant sind. Das heißt, Menschen sind wichtig, für andere Menschen, für Gott auch. Und damit diese Menschen eine gute Heimat finden, auch eine Kirche, die zu ihnen passt und eine Kirche, die etwas bewegt in ihrer Stadt. Deswegen brauchen wir neue Kirchen. Ich wollte mir die Stadt angucken und einiges über Gemeindegründung einfach anschauen. 1 2 2 3 3 5 5 4 5 6 Und so haben wir heute einen richtig guten Frankfurter Tag hier in Frankfurt gehabt.